So, ne, ist auch nichts dran, was ich brauch. Ist aber auch schön, das haben wir hier. Schockstäbe. Schockschwere Notanstabung. Gibt's irgendwie... Ja, roll du mal ruhig weiter. Hier. Schockschwere Notanstabung. Schockschwere Notanstabung. Schockschwere Notanstabung kostet weniger. Rebellor Winsen bei Fahrzeugen effektiver. Ja. Ja, ich kann das günstiger machen, aber es scheint mir nicht dann besagte Bücher näher zu bringen. Weiß halt auch nicht, ob das jetzt wirklich so sinnvoll war, dafür Punkte zu verballern. Denn ehrlich gesagt, ähm... Ja, es ist natürlich schön, wenn das Material günstiger ist, aber du produzierst das ein einziges Mal für gewöhnlich. Und dann ist gut. So. Weiß ich halt nicht, ob das, ähm... Nagelpistole. Ja. Nagelpistole ist auch was Nettes. Die haben doch Huhn im Gattel. Ah, ey. Hat mich schon mal gesagt, dass sich das hier nicht erfolgt mit diesen permanenten Gewittern. Meine Herren. Ey, ich erschrecke ja gerade vor allem. Entschuldigung. Was ist denn? Ich wusste ja jetzt und deswegen bin ich hier oben rumgehübt. Ach, Gregor, was machst du dann? Ich hab kürzlich von deinem, äh... Namengeber geträumt. An der Stelle. Ach, Hühnchen. Fällt mir da noch ein, dass ich, äh... Ja. Wir haben auch lange nichts mehr... Ich hab's jetzt gewagt, ne? Ja. Das... ...nehmen wir nicht mit. Das können wir alles selber produzieren. Das war zu Genüge. Wir können jetzt auch anfangen, regelmäßig zu ernten, weil... Jetzt haben wir ja Platz in den Kisten. Ja, bitte. Ja, bitte. Wir können jetzt hier überall mit einer Leiter in die jeweils geschlossenen Räume hoch. Oh, das ist ja auch... Das ist ja auch witzig. Okay. Also, wie gesagt, nichts, äh... ...neventallig zu rödeln mit endlos Ressourcen. So, warum sehe ich hier niemanden? Das ist das. Aber die da oben wahrscheinlich gleich aus der Decke purzeln. ...oder aus dem Schrank. Nicht. Hier kriegen wir die Tür auf. So, äh... ...ah... 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 ...mal wieder einer. ... 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 So, mit Sicherheit irgendwo noch was los, kannst du mir doch nicht erzählen. Außer das Gedöns da an der Oberfläche, das meine ich jetzt nicht, sondern hier, ähm... Ja! Wieder einer. Ja! Oh. So. Wo wir jetzt hier randaliert haben, wissen wir nicht. Sind weitergezogen. Kein Bock mehr gehabt. Oh. Habt ihr das? Habt ihr hier rumrendaliert? Bitte was? Was ist das? ach komm ehrlich lohnt ja gar nicht so also weiß ich war das da unten im bunker quasi schon der entflut das war jetzt nicht so aufregend aber immerhin haben wir zwei von unseren heftchen bekommen fahrzeuge 20 20 brauche mal zwei stück noch und dann haben wir endlich die mini bike bauerlaubnis so haben wir jetzt erstmal wieder heim würde ich sagen in der zwischenzeit müsste eigentlich unser bauprojekt jetzt fertig also nicht dass das bauprojekt nicht selber so da müssen wir schon selber dran bauen aber sagen wir unser ja bist schon hier dingens gedöns unser steinprojekt halte der werkbank wie ist doch was ich mein mensch stelle ich da mal nicht so blöd knarre freigeschaltet auch schön ich habe keine ahnung wo ich bin deswegen war jetzt gerade klein ich habe irgendwie komplett die richtung verloren das ist auch noch nicht richtig da drüben müssen wir lang hier rum und darum ich bin heute auch ein bisschen ein bisschen ruhiger wieder wie sonst das ist gar nicht mal unbedingt an den kopfschmerzen die halten sich wie gesagt das ist eigentlich noch relativ dezent es geht schlimmer aber ist okay ich bin halt auch irgendwie so ein bisschen müde ich komme dann halt auch noch dazu so jetzt ist alles leer blauer blauer blaup blaa bla 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben wieder eine Verkaufstruhe. Endlich. Wieder ein paar Stahlwaren, auch das ist gut. Mehr gehört hier aber nicht rein, ne? Nö. Bing bong. Er hat die Nägelen angehört? Naja gut. Jaja, wer hat's nicht leicht, gell? Ah, aber leichter hat's einen. Hahaha. Und zwar. Ach ey. Also, ganz im Ernst, heute nervt sich ein bisschen sehr, aber es ist wirklich, es ist doch, es ist doch eindeutig, definitiv zu viel von diesem fucking Gewitter immer. Müsst du doch jetzt auch mal so sehen, so sagen. Das kann doch nicht sein, das ist echt. Das ist jetzt das dritte Gewitter, seit ich die Aufnahme begonnen habe. Oder das vierte. Das dritte oder das vierte? Also das dritte bewusst. Da. Das ist halt völlig übertrieben. So, wir haben Verbände. Wir haben Dester. Wir haben Dester, Dester. Und wir haben auch Dester. So, schön abwechselnd. Links, rechts, links, rechts. So, und das ist... Das ist so ein ganz kleiner Nachteil, dass ich mich hier direkt neben diesem Fuzzi hier gebaut habe. Das hätten wir wissen können, dass das doof ist. Dass der irgendwie permanent wieder auf den Sack geht. Was ein Scheißtyp.